Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Anchi Gaming, genau gesagt hier auf dem Clips Channel. Falls ihr neu sein solltet, lasst doch wie immer schon mal einen Daumen nach oben da, gern auch ein Abonnement. Also Dankeschön für euren Support hier für den brandneuen frischen Kanal. Wir haben uns zuletzt um das 8520er Pack hier in Bezug auf meine Summer Swaps 2 Rewards gekümmert. Wir werden noch weiter die anderen Futter Packs jetzt öffnen und ihr wisst Bescheid seit gestern ungefähr 23, 24 Uhr. Ey, hat ja gestern leider gefailt, deshalb kein Futter Pack von mir, sondern jetzt heute wieder am Start das 84 mal 25er Pack. Drei Token müssen wir abgeben und ich bin mal gespannt, was rumkommt. Also acht Tage haben wir jetzt noch Zeit für die Rewards zum Einlösen. Mich würde mal interessieren, welche Rewards habt ihr eigentlich? Schreibt mir das mal rein in die Kommentare, welche Rewards habt ihr mitgenommen? Waren es auch die Futter Packs? Habt ihr schon zur Footies Zeit geöffnet? Öffnet ihr es auch jetzt erst zur Pre-Season-Promo sozusagen? Würde mich mal interessieren, schreibt mir das mal rein in die Kommentare. Wir gehen mir auf jeden Fall diese drei Token jetzt ab für das 84 plus mal 25er Pack. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was drin ist, falls ihr nicht Bescheid wisst. Wir haben jetzt 100 Special-Karten aktuell zu ziehen. Also in Team 1 oder in Pre-Season Team 1 sind 100 Spieler auf jeden Fall drin. Und ich bin mal gespannt, was wir da jetzt drin haben werden. Wir werden auf jeden Fall auf die zwei Packs gehen und vielleicht dann auf den einen auch einen Player Pick. Wenn ihr, wie gesagt, da nichts verpassen wollt, gerne einfach Glocke kurz aktivieren. Link zum Hauptkanal ist auch in der Beschreibung, Freunde. Da verpasst du auf jeden Fall nichts mehr Bezug auf FIFA. Wäre auf jeden Fall Ehre, wenn ihr einfach da bleibt. Wäre auf jeden Fall sehr nice, wenn ihr einfach täglich einschaltet. Denn hier gibt es nämlich täglich auch Content. So, jetzt auch genug gequatscht und rein in das Pack. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Boah, ich bin sehr, sehr gespannt. 100 weniger als zur Footies Zeit haben wir also jetzt in Packs drin. Und ich bin mal gespannt, was drin ist. Also, wir machen es auf. In 3, in 2, in 1. Let's go. EA, ihr könnt gerne reinpredikten, wie viele Special-Karten es wohl werden. Und was haben wir? Es ist schon mal eine Special-Karte. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Es ist ein Thibaut Courtois. 95er Rating. 99er CR7 wäre high rated gewesen. Courtois. Ja, das ist in Ordnung. Da bin ich zufrieden. Schau mal, als Wann-Spieler. Die Frage ist, wie viel ist noch hinter? Hm. Die Frage ist, wer ist in den Duplikaten? 5 Duplikate. Seht ihr vielleicht jetzt wegen meiner Facecam nicht. Wir haben Banega, 94er Rating. Bruno Henrique. Wir haben Raum. Wir haben 89er, Hong-Jung irgendwas. Und 91er Blind. Dann geht es weiter mit Kroos. Als Duplikat haben wir auf jeden Fall 95er Courtois. Wow. Oh, wow. Damit bin ich sogar sehr zufrieden. Hinten dran noch ein 88er Patino. Courtois, 94er Alaba, Payet. Und dann haben wir einfach... Ah, Piquet, der ist ja hinten versteckt. Was ist das denn? Ich hätte gedacht, jetzt noch ein weiterer Tots. Nein. Aber was ist das denn? 95er, 94er und 2,93er Tots. Die siehst du doch gerne da als Duplikat. Also wenn du weißt, du hast 5 Duplikate und du siehst 4 Tots, die so ein hohes Rating haben, damit kannst du auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Hier haben wir die neue Cassie und Ginter transferierte Version einmal am Start. Also das ist sehr, sehr nice. Und wir haben damit insgesamt 5 auf der Seite. 6, 7, 8, 9, 10 von 25 möglichen Karten als Special-Karte draußen. Freunde, ich bin wirklich damit sehr, sehr zufrieden. Dafür, dass wir jetzt die Pre-Season am Start haben, lasst mich gerne wissen, was eure Meinung ist zu diesem Pack. Ich werde jetzt mit dem Futter umgehen, reinpacken es in die ASPC und wir sehen uns gerne morgen dann wieder zum frischen neuen Clip hier auf dem Channel. Ja, und in dem Sinne euch einen entspannten Tag, entspannten Abend, je nachdem ihr das Ganze schaut. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.